hallo liebe youtuber herzlich willkommen im neuen video naturideen sind ja immer meins kerzen sind auch an ostern oder ich sag mal im frühjahr immer noch schön wenn es auch abends dunkel ist und ich möchte euch heute eine idee zeigen wo ich diese wunderschönen naturmaterialien mit tollem kerzenlicht kombiniere und da habe ich mir irgendwie schöne sachen ausgedacht da wir einfach dran und dann erfahrt ihr mehr zu meinen idee so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich stecke hier so ein bisschen Birke rein und wickel dann einfach wieder weiter und wickel einfach die Birke. Ja, und hab dann so schön eigentlich so ein ganz einfaches, simpel gemachtes Naturgränzchen. Und also die Birke, die ich im Moment jetzt auch habe, die ist phänomenal, weil ich hatte noch nie so ein Material, dass es so schön, so spielerisch fällt. Die waren immer mal schön, die waren immer mal weich und immer auch gebogen. Aber so spielerisch, die sich dann so schön gelegt haben, die hatte ich eigentlich noch nicht. Und deswegen bin ich im Moment völlig im Birkenfieber. Ich liebe es, herrlich. Und ich habe jetzt noch nicht mal Draht verwendet und habe jetzt eigentlich schon nur aus diesem Naturmaterial ein ganz, ganz locker, ein Kränzchen, ja, geflochten. Ich lege mal das andere Material weg. Und also wenn jemand sagt, ich möchte es selber machen, ich schicke euch auch die Kerze und Birke. Wie auch immer. Und dann habe ich mir gedacht, so, wenn ich das jetzt so auf eine Platte lege. Also ich könnte es jetzt noch mit einem Draht, mit einem braunen Draht festwickeln und so leicht drüber wickeln. Kann ich auch mal machen, dann ist es natürlich besser fixiert. Nicht, dass man es in die Hand nimmt oder man will es verschenken und zack fällt es auseinander. Das ist natürlich dann ein bisschen peinlich. Dann nehme ich diesen braunen Myrten-Draht und wickele einfach einmal lässig locker da drüber und habe dann das ganze Kränzchen. Dann fällt es natürlich nicht auseinander, was ja bei einem etwaigen Geschenk doch ein bisschen peinlich wäre. Aber das reicht eigentlich auch schon. Und ich wollte gerne, ich wollte gerne auch helle Farbtöne reinbringen. Das ist so dünn der Draht, dass die Drahtschere kaum greift. So, ich wollte gerne auch helle Farbtöne reinbringen und erstmal den Draht immer fixieren. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, und die hellen Farbtöne, da habe ich mir dann so ein schönes, weißes, feines Schleierkraut mitgebracht. Das hat mir auch super gefallen. Und auch das kann ich eigentlich sogar nur in das Kränzchen stecken. Ich muss es gar nicht zwanghaft kleben. Und optional kann ich da natürlich auch später nochmal drüber wickeln, locker. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Federchen. Und die Federn, die stecke ich jetzt auch extra so rein, dass die so mitlaufen mit der Form des Kranzes. Also ich würde jetzt nicht eins so, eins so, sondern ich finde es eigentlich schon schön, wenn die Schwungform oder die gestalterische Form des Kranzes, wenn die auch erhalten bleibt. Und die Federchen einfach so mit in der, ich sage jetzt einfach mal so lapidar, in der Fahrtrichtung. Nein, also in der Schwungform genau, wenn die so schön mitlaufen. Und optional könnte man jetzt immer noch auch mal ein kleines Wachtelei, Naturwachtelei, könnte man auch optional reinmachen. Und ich finde es ist dann egal, welche Kerzengröße, und das ist jetzt eine Kerze, die richtig lang brennt. Und also egal, welche Kerzengröße ich dann da rein mache, das ist eine richtig schöne Deko. Ich würde natürlich, je größer die Platte, die Schieferplatte, desto, ja, desto größer ist natürlich schon schön, desto größer die Platte. Und man kann sich auch optional eine kleine Landschaft mit den Kerzen gestalten, indem man einfach, hier ist auch noch ein Kränzchen mit beiden Kätzchen. So, und es müssen jetzt gar nicht alle auf den Platten stehen, man kann auch noch das letzte Kränzchen hier in, so, mit Kätzchen. Oder ich schlinge mir einfach noch mal mit dem Schleierkraut ein kleines Kränzchen dazu. Also auch das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und so, ich lege das jetzt einfach mal dazu, weil das wird jetzt im Video ein bisschen zu lang dauern. Und so, dass dann eben ein drittes Arrangement. Ich finde eine ungleiche Anzahl an Elementen, finde ich immer sehr, sehr schön. Und mittig wäre natürlich ganz süß noch unser Hasi mitten im Gewühl oder unsere zwei. Und dann hätten wir doch ein ganz tolles, frühlingsmäßiges, schönes Arrangement gestanden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. genau das werden so die drei größen das ist echt ein super offer weil das sind absolute qualitätskerzen und die brennen wie viele stunden die brennen sein ich genau mein auch auch ich habe oft eine lesebrille aber wenn ich das jetzt richtig sehe die brennt 62 stunden was ja echt wahnsinnig lang ist und die große kerze die brennt sogar 125 stunden also wahnsinn und auch zu den kerzen so ein kleines stichwort kerzenpflege die kerzen sollten nicht unter einer stunde brennen also richtig schön lange anbrennen und dann ist ganz gut wenn das wachs weich ist ich schiebe das manchmal wenn es weich ist auch ein bisschen zusammen also sie sollten immer bis außen durch brennen und dann dann brennen die nicht hol ja weil das dass die wand sozusagen stehen bleibt ja und ansonsten bin ich total gespannt wie ihr dieses kleine kerzen diese kleine kerzenlandschaft findet dass dieses schöne arrangement ich schreibe euch noch mal die ganzen jahr daten zur bestellung rein und freue mich auf eure kommentare ich wünsche euch ja frohes nachmachen freue mich auf eure bestellungen freue mich auf das zuschauen und überhaupt dass ihr dabei seid bis bald alles liebe und gute von eure margit tschüss so und so Untertitelung des ZDF für funk, 2017